Schätzliche Kunden, Partner und Freunde, dieses Jahr ist es mir leider verwehrt geblieben aufgrund der grossen Auftragslage und auch sonst sehr viel los war, dass ich mich in den Wald hineinsetze mit meinem Sami-Klaus-Kostüm und deswegen grüsse ich euch auf diesem Weg. Es war wirklich ein sehr tolles Jahr und ich danke euch allen für die wirklich tollen Challenges, die schönen Filme, die Herausforderungen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir zwei richtig tolle und auch effiziente Werbespots haben dürfen, dass wir eine ganze nationale Kampagne haben dürfen, dass wir sehr viel coachen sind, wie man mit seinem YouTube-Channel besser wird, wie man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu YouTube machen kann. Ich habe sie geschult und gemacht. Es war wirklich wahnsinnig viel los und ich habe mich sehr darüber gefreut. 2020 wird aber noch viel leisiger. Die Auftragslage ist gut, wir sind ein kleines Team, wie du wahrscheinlich gesehen hast. Wir sind jetzt genau sieben Leute und rocken gerade so fest wie auch noch dazumal mit elf. Und das war doch auch noch ein bisschen ein Umbau bis dahin, aber man merkt es gleich beim Groove, dass wirklich alles richtig geil ist und toll läuft. Und davon profitiert ihr und natürlich alle anderen, die sehr gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Sei das in Sachen Ideation, Sparring, Workshop oder eben in der altbewährten Qualität und der Startup-Manier in der Produktion. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für alles. Ich wünsche wunderschöne Festtage, einen tollen Rutsch und ein erfolgreiches 2020. Und ich freue mich euch alle zu sehen oder zu hören. Schon bald. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.